So Leute, so Leute, nein, ähm, ah, das hat weh getan, das sollte ich nicht nochmal machen, ähm, ja, ihr habt gesehen, was, das ist ein Scherz, oder? Eigentlich sollten die mich überhaupt nicht beschießen können, egal, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, ich habe Zombies gehört, äh, nein, ähm, ähm, scheiße, Äh, hallo, könnt ihr mal aufhören, solche Gereiche, Gereiche, Gereiche zu machen, ich mach mir Angst, hallo, Leute, ihr, das war nicht geplant, das könnt ihr nicht einfach so machen, verdammte Verräter, these are the Traders, Alter, könnt ihr nicht mal aufhören, solche Geräusche zu machen, wirklich, das, das deprimiert mich jetzt aber nicht. So, ich muss hier jetzt noch kurz was ändern, und dann, dann, meine Freunde, dann geht es weiter, ja, mich aufscreen auf Steinsuche, haha, ja, ja, ich weiß, das ist alles super spannend und so, aber, und ich weiß auch, ich wollte das so unbedingt sehen, aber, naja, die muss ja gemacht werden, ob onscreen oder offscreen, das ist ja hier als a girl, nein, ich sollte jetzt Sänger werden, Na, na gut, vielleicht nicht. So. Turm korrigiert. Hier kommt noch eine Außenwand hin, ne, hier, genauso wie, ja, da geht es weiter, und dann, hier kommt noch eine Wand hin, eine höhere, und dann oben ein Dach. Aber, ja, das sollte jetzt erstmal gewesen sein, und ich muss die Treppen wieder neu machen. Verdammt! Aber, jetzt gleich. Ja, das war's. Sie brennen, sie brennen, Leute, ich hab's euch gesagt. Nichts gut für die. Ja, ja, ihr hört sie, ihr hört sie sterben. Sterbt, sterbt schon, sterbt schon, muah, ja, sterbt, hahaha, das ist die schönste Freude. Äh, ja. Vollkommen klar, Mr. Watson. So. Me platzieren, this one, ne, dahinter ist keine gute Idee, vielleicht was ich... Wie schön einfach nur die Eiseffekte sind, Leute, das ist unglaublich. Na, das war wahrscheinlich jetzt nicht so toll. Na, platziere ich noch eins da. Guck mal, genau da, wo das Loch ist, kommen die Schneeflocken durch. Das ist so schön. Also, das... Ich bin sprachlos, Leute. Für so ein Spiel, ne, ist das so schön. Schaut euch diesen Aspekt an. Das ist einfach nur... schön. Lustig ist auch, wie die Schneeflocken einfach verschwinden, wenn die außer dem Block sind, also... Ne? Ihr versteht mich schon. Wenn ich hab da verkackt. So, keine Ahnung, was jetzt mit dem Spider los ist. Ich denk mal, der ist immer noch hinter mir her, weil er immer noch so ein Geräusch macht. Ach, schau drauf. So. Oh, ein Creeper. Ja, gut, der ist sowieso immer hinter mir her, aber... Eigentlich hab ich jetzt keinen Bock, dem hier irgendwie zu begegnen. Auf offenem Schlachtfeld. Creeper. Oh, ja, Creeper, komm rein. Los, komm rein. Ich werde dich hier töten. Der darf hier nicht explodieren, sonst bin ich tot. Sonst werde ich mich töten, weil... Milch. Stopp. Der kann hier nicht explodieren. Der braucht nur einen Treffer. Ja, okay. Weil, wenn er explodiert wäre, wäre ich scheißauer gewesen. So, Spider, du magst mich, oder? Es kann sein, dass wieder das ist, wie vorhin, irgendwie, dass er mich mag und gleichzeitig nicht mag. Shut up, komm. Ja, Sprüche stehlen ist schon geil. Wow. Ich dachte schon, ich mach's jetzt kaputt und fall ins Wasser, aber... Hat noch gereicht. So, also ich spule jetzt wieder vor, oder soll ich vor? Ja, komm. Oder? Ja. Ich spule so viel Feuer in dieser Folge. Ja, das spule ich jetzt aber vor. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin sicher, dass ich ihn nicht dritte und alles etwas nicht zurückkennen habe. == Lägglich! Lass mich nicht mal wieder auf das Du procedment richtig sind. Ich habe einen Preis dafür. Ich habe einen Preis für Sie. Ich habe einen Preis für Sie. Ich habe einen Preis für Sie. Ich habe einen Preis für Sie, nicht. Ja, Fail. Das ist ja jetzt, äh, hab ich ja toll hingekriegt. Toll, jetzt. Ach, Mania halt. Ähm, toll. Toll, toll, toll. So. Jetzt können wir wieder hoch und wir haben ein Diamond, ein Diamond und ein bisschen Iron, aber. Ja, Iron, ich bin bescheuert, hallo? Ja, Iron ist immer gut. Also, immer. Egal, what happened. Ich mein, wir haben jetzt über 20 Iron. Ha, das wird wohl erstmal reichen und auf jeden Fall für ein paar Pickaxen, also, Pickaxen, ja, ist klar. Für ein paar halt, ne? Ne, und es ist dunkel. Warum ist es dunkel? Warum muss es dunkel sein? Ist auch blöd. Wir haben ein Diamond gefunden, wir haben ein Diamond gefunden, wir haben ein Diamond gefunden, wir haben ein Iron gefunden. Obwohl, Furness, Iron. Ja, dafür verwende ich ein bisschen Holz. Möchte dafür nichts wertvolles verschwenden. Kohle ist ja auch sehr wertvoll, ne? Na gut. Bin mir jetzt unsicher, wie viel Holz das verbaut ist. Auf jeden Fall muss ich wohl bald wieder mal Holz holen gehen, ne? So, aber erst mal jetzt wieder Stahl, Silberstahl. Bla, bla, bla. Und ich möchte am liebsten endlos lange aufnehmen. Also, Leute, schreibt mir keine Vorschläge mehr. Ich nehme jetzt ab jetzt immer endlos lange auf. Das heißt, das ist jetzt schon fertig aufgenommen und alles ist gut. Nein, keine Ahnung. Ähm. Diamond. 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 Yeah. Ich warte jetzt noch auf das letzte Stück Iron. Wird das Holz? Nein, natürlich nicht. Hör ich mich so anders an? Hm. Naja. Egal. So. Bam, bam, bam. Holz kommt zurück in meine Tasche. Damit ich am Spaß mit dich keine Ahnung. Sag mal, erst mal eine Diamond Pickaxe. Oder vielleicht sogar zwei Diamond Pickaxes. Weil was anderes Diamond Digges brauche ich ja eigentlich. Und dann lasse ich mir den letzten für eine Jukebox. Wie ging eine Jukebox nochmal? So, genau. So, wir haben eine Jukebox. Ich liebe es. Und wir haben keinen Diamond mehr. Das wäre echt scheiße, wenn ich jetzt damit sterben würde und das irgendwie wegwärmen würde. Also, das wäre blöd. Also, das geht nicht. Ja. So, kein Holz mehr. Schlecht. Sehr schlecht. Boah, wir haben ganz schön, ganz schön viel Iron. Also, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Da würde ich jetzt für einige Zeit keine Dinge mehr brauchen. Also, keine anderen Dinge. Ne? Schon klar. Ja. Überhaupt nicht, aber gut. So. Dann, was mache ich jetzt? Ja, eine Schaufel. Dann. Na, die Äh, 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 Ex, die habe ich sowieso noch. Habe ich sowieso noch ein paar von. Brauche ich jetzt nicht. Dann mache ich mir, glaube ich, jetzt eine Rüstung. Obwohl, ne, eine Rüstung. Ja, wie gesagt, braucht man halt nur im Kampf. Ich möchte eigentlich kein Iron verschwinden, deswegen lege ich es jetzt. Für jetzt lege ich es einfach mal hier ins Lager. Und ja, würde ich sagen, das war diese Folge Let's Play Minecraft. Obwohl, ne, ich platziere noch schnell die Jukebox. Obwohl, ne, die werden wir in der Festung brauchen. Ich meine, ich ziehe dir jetzt in die Festung um. Das hier wird nur noch sozusagen mein, meine Mining Station sein. Mein Mining Haus. Keine Ahnung, wie ich es sagen soll, aber, naja. Ja, dann sehen wir uns, äh, wieder beim nächsten Mal, wenn es hell ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Let's Play Minecraft.